Friedrich Nietzsche, Exe Homo, wie man wird, was man ist, 1889, Vorwort. In Voraussicht, dass ich über kurzem mit der schwersten Forderung an die Menschheit herantreten muss, die je an sie gestellt wurde, scheint es mir unerlässlich zu sagen, wer ich bin. Im Grunde dürfte man es wissen, denn ich habe mich nicht unbezeugt gelassen. Das Missverhältnis aber zwischen der Größe meiner Aufgabe und der Kleinheit meiner Zeitgenossen ist darum zum Ausdruck gekommen, dass man mich weder gehört, noch auch nur gesehen hat. Ich lebe auf meinen eigenen Kredit hin. Es ist vielleicht bloß ein Vorurteil, dass ich lebe. Ich brauche nur irgendeinen sogenannten Gebildeten zu sprechen, der im Sommer ins Oberengadin kommt, um mich zu überzeugen, dass ich nicht lebe. Unter diesen Umständen gibt es eine Pflicht, gegen die im Grunde meine Gewohnheit noch mehr der Stolz meiner Instinkte revoltiert, nämlich zu sagen, hört mich, denn ich bin der und der, verwechselt mich vor allem nicht. Ich bin zum Beispiel durchaus kein Popanz, kein Moralungeheuer. Ich bin sogar eine Gegensatznatur zu der Art Mensch, die man bisher als tugendhaft verirrt hat. Und unter uns. Es scheint mir, dass gerade das zu meinem Stolz gehört. Ich bin ein Jünger des Philosophen Dionysos. Ich zöge vor, eher noch ein Satyr zu sein als ein Heiliger. Aber man lese nur diese Schrift. Vielleicht gelang es mir. Vielleicht hatte diese Schrift gar keinen anderen Sinn, als diesen Gegensatz zu einer heiteren und menschenfreundlichen Weise zum Ausdruck zu bringen. Das Letzte, was ich versprechen würde, wäre, die Menschheit zu verbessern. Von mir werden auch keine neuen Götzen aufgerichtet. Die alten aber mögen lernen, was es mit tönernen Beinen auf sich hat. Götzen, mein Wort für Ideale, umwerfen. Das gehört schon eher zu meinem Handwerk. Man hat die Realität in dem Grade um ihren Wert, ihren Sinn, ihre Wahrhaftigkeit gebracht, als man eine ideale Welt erlog. Die wahre Welt und die scheinbare Welt. Auf Deutsch, die erlogene Welt und die Realität. Die Lüge des Ideals war bisher der Fluch über die Realität. Die Menschheit selbst ist durch sie bis in ihre untersten Instinkte hinein verlogen und falsch geworden. Bis zur Anbetung der umgekehrten Werte, als die sind, mit denen ihr erst das Gedeihen, die Zukunft, das hohe Recht auf Zukunft verbirgt wäre. Wer die Luft meiner Schriften zu atmen weiß, weiß, dass es eine Luft der Höhe ist, eine starke Luft. Man muss für sie geschaffen sein, sonst ist die Gefahr keine Kleine, sich in ihr zu erkälten. Das Eis ist nah, die Einsamkeit ist ungeheuer. Aber wie ruhig alle Dinge im Lichte liegen und wie frei man atmet, wie viel man unter sich fühlt. Philosophie, wie ich sie bisher verstanden und gelebt habe, ist das freiwillige Leben in Eis und Hochgebirge. Das Aufsuchen alles Fremden und Fragwürdigen im Dasein, alles dessen, was dich durch die Moral bisher in Bann getan war. Aus einer langen Erfahrung, welche eine solche Wanderung im Verbotenen gab, lernte ich die Ursachen, aus denen bisher moralisiert und idealisiert wurde, sehr anders ansehen, als es erwünscht sein mag. Die verborgene Geschichte der Philosophen, die Psychologie ihrer großen Narben kam für mich ans Licht. Wie viel Wahrheit erträgt, wie viel Wahrheit wagt ein Geist? Das wurde für mich mehr der eigentliche Wertmesser. Irrtum, der Glaube ans Ideal, ist nicht Blindheit. Irrtum ist Feigheit. Jede Errungenschaft, jeder Schritt vorwärts in der Erkenntnis folgt aus dem Mut, aus der Härte gegen sich, aus der Sauberkeit gegen sich. Ich widerlege die Ideale nicht, ich ziehe bloß Handschuhe vor ihnen an. Nittimur in Vitium. In diesem Zeichen siegt einmal meine Philosophie, denn man verbot bisher grundsätzlich immer nur die Wahrheit. Innerhalb meiner Schriften steht für sich mein Zahre Tustra. Ich habe mit ihm der Menschheit das größte Geschenk gemacht, das ja bisher gemacht worden ist. Dies Buch mit einer Stimme über Jahrtausende hinweg ist nicht nur das höchste Buch, das es gibt, das eigentliche Höhenluftbuch. Die ganze Tatsache Mensch liegt ungeheuer fern unter ihm. Es ist auch das Tiefste, das aus dem innersten Reichtum der Wahrheit herausgeborene, ein unerschöpflicher Brunnen, in den kein Eimer hinabsteigt, ohne mit Gold und Güte gefüllt heraufzukommen. Hier redet kein Prophet, keiner jener schauerlichen Zwitter von Krankheit und Willen zur Macht, die man Religionsstifter nennt. Man muss vor allem den Ton, der aus diesem Munde kommt, diesen halkionischen Ton richtig hören, um dem Sinn seiner Weisheit nicht erbarmungswürdig Unrecht zu tun. Die stillsten Worte sind es, welche den Sturm bringen. Gedanken, die mit Taubenfüßen kommen, lenken die Welt. Hier redet kein Fanatiker, hier wird nicht gepredigt, hier wird nicht Glauben verlangt. Aus einer unendlichen Lichtfülle und Glückstiefe fällt Tropfen für Tropfen, Wort für Wort. Eine zärtliche Langsamkeit ist das Tempo dieser Reden. Dergleichen gelangt nur zu den Auserwähltesten. Es ist ein Vorrecht, ohnegleichen hier Hörer zu sein. Es steht niemandem frei, für Zarathustra Ohren zu haben. Ist Zarathustra mit all dem nicht ein Verführer? Aber was sagt er doch selbst, als er zum ersten Mal wieder in seine Einsamkeit zurückkehrt? Genau das Gegenteil von dem, was irgendein weiser, heiliger Welterlöser und anderer Dekadent in einem solchen Fall sagen würde. Er redet nicht nur anders, er ist auch anders. Allein gehe ich nun, meine Jünger. Auch ihr geht nun davon und allein, so will ich es. Geht fort von mir und wehrt euch gegen Zarathustra. Und besser noch, schämt euch seiner. Vielleicht betrug er euch. Der Mensch der Erkenntnis muss nicht nur seine Feinde lieben, man muss auch seine Freunde hassen können. Man vergilt es seinem Lehrer schlecht, wenn man immer nur der Schüler bleibt. Und warum wollt ihr nicht an meinem Kranzer rupfen? Ihr verehrt mich. Aber wie, wenn eure Verehrung eines Tages umfällt? Hütet euch, dass euch nicht eine Bildsäule erschlägt. Ihr sagt, ihr glaubt an Zarathustra. Aber was liegt an Zarathustra? Ihr seid meine Gläubigen, aber was liegt an allen Gläubigen? Ihr hattet euch noch nicht gesucht, da fandet ihr mich. So tun alle Gläubigen, darum ist es so wenig mit allem Glauben. Nun heiße ich euch mich verlieren und euch finden. Und erst, wenn ihr mich alle verleugnet habt, will ich euch wiederkehren.